Willkommen, es ist Montagmorgen und der erste Tag im August, das heißt für uns ein Monat Microsoft Teams liegt wieder hinter uns. Es gab ein paar Neuerungen und zwar 9 Stück an der Zahl. Leider gab es auch Verschiebungen, wo ein paar wirklich sehr coole Features dabei waren. Schauen wir uns natürlich auch nochmal an, welche das sind. Auch wieder 4 verschwundene Features, auf die wir schon länger warten. Schauen wir uns natürlich auch nochmal an, aber damit ihr diese ganzen Neuerungen nicht nacharbeiten müsst, haben wir uns einmal die Mühe gemacht, euch die vorzustellen. Und wir beginnen auch mit, ja mittlerweile meinem Lieblingsthema Microsoft Viva. Da gibt es nämlich zwei Neuerungen. Zum einen, wir schauen uns das Ganze hier einmal an. Viva Goals ist endlich verfügbar, ist aus der Private Preview raus. Wir können es nutzen, wenn wir die entsprechende Lizenz haben. Na, jetzt lädt er hier wieder ein bisschen, aber da haben wir es. Mit Viva Goals können wir persönliche oder auch Projektziele oder auch unternehmensweite Ziele definieren. Haben sie dann hier im Überblick. Können dann auch nochmal schauen, wie weit sind wir eigentlich in unserem Ziel. Was müssen wir noch dafür tun, um es zu vervollständigen. Deswegen an sich eine sehr coole Funktion. Ist noch sehr frisch. Das heißt, vielleicht werden wir das ein oder andere dort noch nicht finden, was wir uns vielleicht gewünscht haben oder eventuell, was uns versprochen wurde. Da müssen wir jetzt ein bisschen Zeit mitbringen. Aber ganz wichtig, die Lizenzierung läuft über das Microsoft Viva Paket, wo wir die verschiedenen Lizenzen drin haben. Aktuell gibt es noch keine eigenständige Lizenz, um Viva Goals zu nutzen. Aber wenn ihr die Lizenz habt, könnt ihr das Ganze auch schon nutzen. Springen wir einmal weiter in den nächsten Punkt. Und das ist Viva Insights. Da haben wir es. Denn hier ist auch wieder etwas verfügbar. Und zwar gehe ich jetzt einfach mal in mein Team. Und dort gibt es die Möglichkeit, Zeitfenster zu blocken. Wir haben ja den Fokusplan, also Zeit schützen. Und hier können wir über Zeitfenster blockieren. Für unser Team vorausgesetzt, wir haben hier in dem Bereich mein Team auch Personen definiert. Und einfach eine bestimmte Zeit definieren, jeden Tag. Ab wann soll das Ganze beginnen? Wie lange soll das gehen? Und dann wird dieser Fokusplan für das gesamte Team übernommen. Und je nach Team entsprechend in das Zeitfenster gepackt, was verfügbar ist. Habe ich einen vollen Tag, wird das tendenziell weiter unten blockiert. Habe ich einen sehr freien Tag, bekomme ich diese Fokuszeiten natürlich deutlich früher. Für das gesamte Team, so dass ich zum Beispiel sagen kann, jeder Mitarbeiter soll täglich 1, 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, zur freien Verfügung haben. Und das wird dann automatisch eingebucht. Die Teammitglieder werden benachrichtigt, ob sie das Ganze denn nutzen möchten. Und wenn sie dem zustimmen, dann sollte das Ganze entsprechend auch bei Zeitschützen zur Verfügung stehen. Und wir können das Ganze dann auch hier einbuchen für das gesamte Team. Super Funktion, so können wir auch unserem kompletten Team die Freiräume bieten, die sie benötigen. Wichtig dabei ist, derjenige, der die, ja nennen wir sie einfach mal Teamleiter-Lizenz von Viva Insights hat und als Teamleiter definiert ist, kann das Ganze natürlich durchführen. Die normalen User können sich dem anschließen oder auch einfach individuell für sich selber buchen. Das funktioniert weiterhin. Springen wir einmal weiter in die Applikation Word, Excel, PowerPoint. Dort gibt es nämlich auch ein paar Neuerungen. Und zwar entweder, wenn ich die Applikation öffne, das funktioniert für Word, Excel und PowerPoint gleichermaßen, oder ich sage gleich von vornherein Rechtsklick, Pop-Out App und dann wird das Ganze hier als Pop-Out Fenster zur Verfügung gestellt. Heißt im Endeffekt, ich könnte das jetzt auf einen anderen Monitor ziehen, habe dann quasi PowerPoint plus Microsoft Teams parallel offen. Sehr nette, sehr schöne Funktion. Wird auch immer mehr für weitere Applikationen zur Verfügung gestellt. Und jetzt auch für die neuen Applikationen Word, Excel, PowerPoint. Springen wir einmal weiter in einen Bereich, der für viele sehr interessant und relevant sein sollte. Denn wenn ich jetzt hier auf die drei Punkte gehe und sage Kanal hinzufügen, haben wir nun die verbundenen Kanäle, also die Connected Channels, nicht mehr in der Preview. Hier oben können wir das einmal sehen. Ich bin nicht im Preview-Modus, sondern das Ganze ist jetzt wirklich released worden. Bei mir ist es seit, ich meine, Freitag letzter Woche verfügbar, also noch komplett frisch. Laut Roadmap dauert der Rollout allerdings auch noch bis in den August hinein. Heißt im Endeffekt, wenn das Ganze für euch noch nicht zur Verfügung steht, sollte es in der nächsten Zeit passieren. Aber wie so immer, diese Connected Channels können wir auch im Admin Center deaktivieren, beziehungsweise müssen sie vielleicht auch in der Global-Richtlinie aktivieren für alle, damit das auch alle nutzen können. Intern funktioniert das wirklich wunderbar. Heißt im Endeffekt, ich kann auch Personen in diesen Kanal einladen, die nicht Teil des Teams sind. Wenn ich das Ganze mit extern machen möchte, muss ich dafür ins Azure, muss eine Verbindung zum, ich wollte schon gegnerischen Tenant sagen, zum Tenant, mit dem ich eine Verbindung aufbauen möchte. Dieser Tenant muss allerdings auch eine Verbindung zu mir aufbauen. Also das ist keine Einbahnstraße. Wenn das Ganze aber eingerichtet ist, funktioniert das wunderbar. Und dann können wir explizit in diesen einen Channel verschiedene Personen einladen, die nicht Teil unseres Teams sind. Also wirklich sehr schöne Funktion. Springen wir einmal weiter in den Bereich Anrufe. Dort gibt es zwei Neuerungen. Nummer eins finde ich wirklich sehr gut, denn dadurch, dass ich hier auch immer sehr viele externe drinne habe, die ihr nicht unbedingt sehen sollt, ist diese Funktion wirklich wunderbar. Wunderbar, denn wenn ich jetzt hier auf die drei Punkte gehe, kann ich sagen, aus Ansicht entfernen und dann verschwindet die Person entsprechend aus unserem Anrufverlauf. Sehr schöne Anpassung, sehr schöne Funktion. Wenn ihr also den einen oder anderen User habt, der eventuell schon aus einem Unternehmen ausgeschieden ist, mit dem ihr eventuell nicht ganz so viel kommuniziert oder so wie ich, wenn ihr dann mal ein Tutorial aufnehmt, habt ihr dann die Möglichkeit, diesen einen User oder diese eine Kommunikation, eher gesagt, aus eurer Übersicht verschwinden zu lassen. Nun springen wir einmal weiter in eine interessante Funktion, denn Bluetooth-Geräte, die keinen USB-Dongle benötigen, haben jetzt eine neue Funktion. Dafür baue ich mir das Ganze hier einmal eben zurecht. Wir haben hier auf der rechten Seite meinen Test-User. Dieses Mal ist das der Max. Er ruft mich jetzt einmal an. Da haben wir es. Und ich drücke bei mir auf meinem Gerät die entsprechende Taste. Na? Jetzt habe ich mich da ein wenig verklickt, aber mit unserem Gerät haben wir die Möglichkeit, wenn wir die entsprechende Taste aufleuchten sehen, dort eben einmal kurz drauf zu drücken und dann können wir jeden Anruf entsprechend annehmen. Eine kleine Annehmlichkeit und wer solche Geräte und Headsets hat, wird sich eventuell über diese Funktion freuen. Ihr habt es gesehen, ich musste hier nicht unten rechts auf dieses Icon draufklicken, sondern konnte einfach diesen Anruf an meinem entsprechenden Gerät aktivieren. Also auch da, wie gesagt, wer die entsprechenden Geräte zur Verfügung hat, wird da denke ich auch einen schönen Mehrwert draus haben. Gehen wir einmal weiter in den Bereich Meetings. Dort gibt es nämlich auch zwei Anpassungen. Wir werden jetzt hier einfach mal ein Test anlegen. Wir laden den Max ein, denn ich bin gerade mit ihm eingeloggt. Senden das Ganze raus. Nun ist es ja eine offizielle Microsoft Teams Besprechung. Und wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, können wir einmal in den Bereich Besprechungsoptionen springen. Und hier hat sich das Fenster natürlich wieder parallel geöffnet. Ich schiebe es einmal eben zurecht, so dass ihr dann auch sehen könnt, was hier wirklich passiert. Und was haben wir hier? Den Bereich Q&A aktivieren. Wenn ich das Ganze aktiviere und abspeichere, passiert folgendes. Fenster können wir wieder schließen. Wir nehmen hier eben einmal Teil. Mikrofon können wir muten. Hier oben diese kleine Kachel Fragen und Antworten wurde jetzt automatisch hinterlegt. Normalerweise können wir das auch hier über die Apps machen. Hier haben wir die Q&As. Wir können aber auch über die Besprechungsoption das Ganze per Default in die Besprechung packen, so dass wir dann später im Termin selbst das Ganze nicht noch durchführen müssen. Q&A ist eine sehr schöne Funktion für Fragen und Antworten. Klar, wir haben dann aber auch die Möglichkeit, hier dann nochmal zu schauen, welche Fragen wurden noch nicht beantwortet. Die werden uns dann herausgefiltert und solche Dinge, gerade für eine Besprechung, die etwas länger geht, die moderiert ist, ist Q&A auf jeden Fall zu empfehlen. Und falls ihr das noch nicht kennt, solltet ihr es unbedingt einmal ausprobieren. Nun werden wir auch nochmal in dem Bereich Forms, ob wir jetzt Forms oder hier die andere Applikation öffnen, starten, ist vollkommen egal, denn wir haben jetzt die Bewertungsumfrage erhalten. Gehen wir einmal auf Neue Umfrage, haben wir jetzt hier Bewertung. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus, als uns das ursprünglich mal vorgestellt wurde, aber dennoch haben wir hier so ein kleines System. Wir können hier auch die Stufen einstellen, das Symbol können wir auch einstellen und dann können die User entsprechend auch ihre Bewertung abgeben für die Frage, die ihr gestellt habt. Also auch da wieder ein kleiner Schritt nach vorne in Sachen Interaktion und auch wie man Dinge präsentiert, solltet ihr auch auf jeden Fall mal drauf schauen, wenn ihr das ein oder andere Mal in einer Besprechung so etwas nutzt. Damit sind wir in der Desktop-Applikation oder mit Microsoft Teams eigentlich schon fast durch. Es gibt noch eine Neuerung. Dafür nehme ich euch einmal mit auf mein Smartphone, damit wir uns auch noch die letzte Neuerung anschauen können. Es hat ein wenig gedauert, aber da haben wir jetzt das gute Stück. Und zwar bin ich jetzt in der Genehmigung-App habe sie ganz normal geöffnet. Und wenn wir jetzt diese Übersicht haben, hier oben bei dem Punkt Genehmigungen werde ich jetzt einmal drauf gehen und es öffnet sich dieses Dropdown, wo wir auswählen können, ob wir eine normale Genehmigung haben möchten oder auch eine mit eSign. Und diese beiden eSign-Funktionen sind jetzt für die Mobile-App der Genehmigung, der Approvals neu dazugekommen. Und wir können jetzt auch vom Smartphone eine eSign-Genehmigung aufbauen, erstellen und verschicken. Soviel zu den neuen Neuerungen innerhalb von Microsoft Teams. Ich nehme euch jetzt noch einmal mit, damit wir eben uns anschauen können, auf welche neuen Funktionen wir leider noch etwas warten müssen und welche vielleicht noch ganz weit nach hinten verschoben wurden. Hier haben wir nun die Verspätungen und die Verschiebungen für den Monat Juli. Im oberen Bereich die fünf Neuerungen wurden für Juli bzw. Juni auch diesen Jahres angekündigt. Habe ich jetzt noch nicht finden können. Sehr schade finde ich zum Beispiel auch Viva Topics, dass das Ganze noch nicht bei Microsoft Teams verfügbar ist. Allerdings habe ich auch schon gesehen, dass zum Beispiel sowas wie Viva Sales im App Store zur Verfügung steht, wird aber aktuell noch nicht so funktionieren, weil es noch in der Preview ist. Wir müssen uns auch noch ein bisschen dran gewöhnen und diese ganze Thematik, dass wir im Webbrowser von Teams annähernd die gleichen Funktionen haben sollen wie in der Desktop-Applikation. Das funktioniert leider auch noch nicht. Zudem der Speaker Coach in einem Microsoft Teams Meeting, wenn wir eine Präsentation starten, ist auch ein sehr cooles Feature. Gibt es aktuell auch schon in der Preview-Version, allerdings noch nicht in der Final-Version. Für diese Applikation haben wir auch noch kein offizielles Datum bekommen von Microsoft. Da steht immer noch Juli 2022. Von daher könnte es theoretisch sein, dass in den nächsten Tagen da direkt der Release kommt. Wo wir aber ein konkretes Datum haben, sind die verbundenen Vorlagen oder auch die Connected SharePoint Templates, dass wenn wir ein Team erstellen, parallel das Ganze auch im SharePoint aufgebaut wird. Das zieht sich schon durch das gesamte Jahr. Es wurde gesagt, im Juli soll das kommen. Jetzt wurde es nochmal auf den Oktober verschoben. Dort haben wir auf jeden Fall ein ganz konkretes Datum. Und zu guter Letzt springen wir noch einmal auf die verschwundenen Neuerungen. Zum größten Teil wurden sie pausiert oder erst einmal außer Kraft gesetzt. Bei LinkedIn habe ich das Ganze nochmal ein bisschen spezifischer gesetzt, weil es da in der Vergangenheit Verwirrung gab. Denn mit Teams sollte es auch so sein, dass wenn wir ein Teams-Meeting starten, wir das parallel und gleichzeitig auf LinkedIn streamen können. Das Ganze hat schon mal bei einem Community-Event von Raphael wirklich wunderbar funktioniert. Hatte natürlich eine sehr hohe Latenz, also 20, 30 Sekunden Verzögerung. Aber an sich hat es wirklich funktioniert, dass die Leute, die nicht im Meeting drin waren, auf einer, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die persönliche Seite von Raphael war oder eine Community-Seite, aber dort wurde das wirklich zeitgleich gestreamt mit einem gewissen Versatz. Hat wunderbar funktioniert. Da warten wir jetzt auch schon ein bisschen länger drauf. In der Roadmap habe ich das Ganze jetzt auch nicht mehr finden können. Deswegen habe ich das auch hier aufgenommen. Auch eine sehr coole Funktion. Da wird es bestimmt auch wunderbare Use Cases zu geben. Das war es jetzt allerdings für den Monat Juli. Unser August-Update ist am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch wieder die ein oder andere coole Funktion vor Augen führen, auf die ihr vielleicht schon gewartet habt. Oder euch nochmal ein bisschen Klarheit darüber geben, wieso die ein oder andere Funktion, auf die ihr schon länger wartet, noch nicht zur Verfügung steht. Ich hoffe, jeder von euch konnte ein bisschen was mitnehmen und wir hören und sehen uns natürlich auch spätestens in einem Monat, wenn wir uns den August anschauen, was wir dort bekommen haben. und dann wir uns auch mitnehmen. Und dann ist das auch Und dann wird es auch